Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Robert Rahn. Dieser hat über Acclaimio geschrieben, welches er mit 4,7 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Bei Acclaimio kann man Geld verdienen, indem man Produkte oder Dienstleistungen an Freunde empfiehlt. Darüber hinaus bietet Acclaimio noch ein Cashback-Programm, bei dem über 1.000 Partner teilnehmen. 2011 haben Robert Wetzger, Holger Grosse und Andreas Tho zusammen den Produktsempfehlungsdienst Acclaimio GmbH gegründet. Ihre Überzeugung und Intention beschrieben sie auf ihrer Webseite so. Empfehlen heißt, einem Freund oder einer Freundin etwas Gutes tun. Jeder tut das alltäglich. Wir kennen unsere Freunde und wissen, was sie mögen, deswegen vertrauen sie uns. Doch wenn wir ihnen etwas empfehlen, bekommt ein Konzern dafür die Prämie. Meistens eine Suchmaschine, über die unsere Freunde letztendlich finden, was wir ihnen empfohlen haben. Das wollen wir ändern. Wir bei Acclaimio glauben, dass dem Empfehler die Prämie zusteht und nicht der Maschine. Bei Acclaimio sind über 1.000 Shops registriert. Das Produkt, was man empfehlen möchte, muss man unter 10 Millionen Artikel erst finden. Das Spektrum ist dabei sehr weitläufig. Ob eine Übernachtung im Hotel, ein Smartphone, Café oder ein Stromtarif. Alles, was man sich vorstellen kann, ist sicherlich irgendwo vertreten. Wenn man den passenden Artikel gefunden hat, generiert Acclaimio einen einzigartigen Link, der nur mit einer Person in Verbindung gebracht werden kann. Diesen Link kann man verwenden, wie man möchte. Ob man ihn bei Facebook verschickt, per WhatsApp, Twitter oder in eine einfache Mail. Wenn der Link erfolgreich verwendet wird, wird das Produkt also wirklich gekauft wird, dann wartet Acclaimio zunächst auf die Bestätigung der Prämie. Sobald dies geschehen ist, wird das Geld auf das Acclaimio-Konto gutgeschrieben. Wie viel Geld man pro Empfehlung bekommt, hängt vom Anbieter ab. PayPal bietet zum Beispiel 10 Euro pro erfolgreiche Weiterempfehlung. Bei einem Cashback-System bekommt man bei einem Einkauf einen gewissen Prozentsatz der Summe zurück. Das System gilt für einen der Partnershops. Wenn man dort etwas bestellt bekommt, man Geld zurück auf sein Acclaimio-Guthaben. Dieses kann man übrigens auch zum Bezahlen verwenden. Zu den Partnershops gehören unter anderem Zalando, Aeon, Vodafone, O2, Paypal, Asus, Deliveryhero, Sky, MyBet und Hotels.com sowie viele andere. Wie viel Prozent man bekommt, hängt vom Anbieter ab. Maximal sind 50 Prozent. Natürlich bietet Acclaimio auch etwas. Wenn man einen Freund anwirbt und dieser sich auch auf der Seite registriert, dann bekommt man 10 Prozent der Prämien, die der Geworbene erhält. Die Cashbar ist ein Plugin, welches man für Mozilla, Firefox und Google Chrome installieren kann. Da man bei den ganzen Partnershops leicht den Überblick verlieren kann oder man einfach nicht erst immer nachschauen möchte vor dem Bestellen, dann ist die Cashbar die optimale Lösung. Im Browser wird dann sofort angezeigt, sobald ein Shop an den Acclaimio-Cashback-Programm teilnimmt. So verpasst man nie mehr eine Aktion. Unternehmer werden mit einer Umsatzsteigerung von bis zu 20 Prozent gelockt. Acclaimio lässt sich einfach in die eigene Webseite integrieren und die Erfolge lassen sich in Echtzeit analysieren. Die Nutzung ist an sich kostenlos und man wird auf Wunsch hin umfänglich beraten. Acclaimio ist für mich zum Pflichtprogramm geworden. Empfehlen tue ich da nicht immer im großen Stil, aber ich habe ein paar Leute gefunden, denen ich einige Sachen empfehlen konnte. Und einige haben sich auch registriert und sind ebenso begeistert. Wie bei allen Affiliate-Sachen konnte man dieses auch wesentlich größer aufziehen, aber da liegen einfach nicht meine persönlichen Stärken. Für mich interessant ist vor allem das Cashback-System. Anfangs habe ich dies nur gelegentlich genutzt, bei den wenigen Shops, wo ich wusste, dass Acclaimio funktioniert. Seit ich die Cashbar installiert habe, weiß ich, wie viel ich verpasst habe. Wer das Cashback von Acclaimio nutzen möchte, dem würde ich auf jeden Fall zu dieser einfachen Installation der Cashparaden. Es nimmt nicht viel Platz weg und beansprucht auch keine Zeit. Die Installation ist in wenigen Schritten vollzogen. Vor allem hilft es dabei, eventuell Produkte zu finden, die man dann weiterempfehlen kann. Kommen wir nun zur Auszahlung. Die Prämien werden zuverlässig auf das Konto gutgeschrieben. Man kann sich das Geld auf sein Bankkonto überweisen lassen, was ab 1 Euro funktioniert. Nach einigen Tagen sollte das Geld dann auf dem Konto sein. Bei jeder Überweisung muss man seine Daten erneut eingeben. Falls bei der Auszahlung noch die Währung gewechselt werden muss, können eventuell weitere Gebühren anfallen und der Prozess dauert länger. Die zweite Variante ist Paypal. Das Geld sollte so gut wie sofort bei Paypal ankommen. Dies geht nur, wenn die Währungen übereinstimmen. Ich habe mir bis jetzt zweimal Geld auszahlen lassen. Das erste Mal war ein Test und es waren nur 10 oder 15 Euro. Das habe ich mir auf mein Paypal-Konto überweisen lassen und es war wie erwartet sofort da. Die zweite Auszahlung habe ich erst vor einigen Tagen erhalten. Die Summe war etwas höher und ich habe es auf mein Konto zahlen lassen. Ich meine alles in allem, von der Beantragung bis zur Auszahlung sind vier oder fünf Tage vergangen. Ich denke, das liegt auf jeden Fall noch im Rahmen. Die Kombination aus Empfehlungsmarketing und Cashback ist sehr gelungen. Es ist eine gute Methode, sich einfach etwas Geld nebenher zu verdienen, ohne einen großen Aufwand zu betreiben, besonders bei Cashback-Systemen. Was mir auch gut gefällt, sind die Partner-Shops, denn die sind auch wenigstens brauchbar. Man kennt es ja doch, dass manche Cashback-Systeme nur Shops im Angebot haben, die man nicht kennt oder wo man eher selten einkauft. Bei Acclaimio sind große Namen wie Zalando, Asos, Douglas und Vodafone vertreten. Shops und Marken, die man kennt und wo auch eine hohe Chance besteht, dass man es regelmäßig nutzt. Die Prämien sind schnell auf dem Konto und die Auszahlung ist meinen Erfahrungen nach zuverlässig. Vor allem muss man nicht eine Unsumme an Gebühren abtreten, wie es sonst auch manchmal der Fall ist. Übrigens ist das Ganze nicht nur interessant für Einwohner Deutschlands. Man kann den Dienst auch in Österreich, Schweiz, Spanien, Großbritannien, Frankreich und Italien nutzen. Dementsprechend ist die Homepage auch in Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch aufrufbar. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de